Der Golf mit dem Extra-Raum-Angebot ist der Golf-Sports-Van und erreicht wird das Raumplus durch 7 cm mehr Fahrzeuglänge, 13 cm mehr Höhe und 1 cm mehr Breite als beim Normal-Golf. Die Van-Charakteristik wird zudem optisch unterstrichen, etwa durch die Dachrehling und das kleine Seitenfenster hinten, welches das Fahrzeug deutlich länger wirken lässt. Schon beim Einstieg in den Sports-Van wird klar, hier geht es wirklich großzügig zu. Der Normal-Golf kann dann nicht mithalten. Man sitzt angenehm hoch und genießt vorne wie hinten jede Menge Bewegungsfreiheit. Dank der um 18 cm verschiebbaren und auch in Neigung verstellbaren Rücksitze ist zudem noch ein zusätzliches Maß an Raumflexibilität an Bord. Üppig auch die Kofferraumdaten. In Grundstellung passen 500 bis 590 Liter hinein. Bei umgelegten Rücksitzen erhält man bis zu 1520 Liter Stauraum. Bei Bedarf ist dank des zweistufigen Ladebodens eine nahezu ebene Ladefläche herstellbar. Logisch und spielend einfach zu bedienen ist das Cockpit des Sports-Van. Die Verarbeitung ist VW-typisch auf sehr hohem Niveau. Die DSG-Automatik im Testwagen leistet gewohnt souverän ihre Dienste und kommt auch mit dem hier eingebauten 1,2 TSI-Benziner mit 110 PS gut zur Rande. Überhaupt fährt sich das Modell auch in dieser Antriebsvariante recht spritzig und wird seiner Bezeichnung Sports-Van da genauso gerecht wie Puncto-Fahr- und Lenkverhalten. Die durchaus straffe Abstimmung und die direkte Lenkung vermitteln ein recht dynamisches Fahrerlebnis. Wer sich dann dennoch mit dem Gaspedal zurückhalten kann, wird in dieser Version mit Verbrauchswerten um die 6 Liter auskommen. Im flotten Test waren es zwischen 6,6 und 6,8 Liter. Der Golf Sports-Van ist eine empfehlenswerte Wahl, aber nur wenn man das Plus an Budget zur Verfügung hat. So sind bereits für den 85 PS Basisbenziner 21.590 Euro fällig. Der 110 PS Benziner mit DSG kostet mindestens 25.780 Euro. Die Serienausstattung ist dabei erfreulich solide. Wer Luxus- und Assistenzsysteme will, muss noch einiges drauflegen.